Hallo ihr Lieben, wir sind bei Paul und Paul geht es glaube ich gut. Was war denn heute passiert? Ihr kommt vorbei und braucht mir was Leckeres zum Naschen und Vernaschen. Und für nächste Woche, was gibt es, was wir denn tun können? Oh, Fisch, Fisch, Fisch. Makrele. Eben hast du mir gesagt, Fisch und er kann schon tot sein. Er kann schon auch tot sein. Damit er sich besser hält, geräuchert. Ja, machen wir glatt. Liebe Grüße aus Sinzig und auch von Paul. Das stimmt, was er sagt. Er sagt die Wahrheit, mein Bruder. Du bist ein dünnes...